Frohes neues Jahr ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight, die erste Folge im Jahr 2019 als Geist auf Krotusbrennen und ich habe meine Deliz erledigen. Wo sind die? Hm, bei Maurice vielleicht? Ja. Natürlich bei Maurice, wo sonst? Upsi. Ich hoffe, das zählt als aus der, ähm, Enthüllung. Was? Ah, okay, 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 den Lori-Perk. Wo ist die denn? Die jetzt bewusst, dass ich ihn auch unsichtbar kaputt machen kann, ne? Ah, ich hasse diese Paletten-Camper. Egal. Habe ich die jetzt verloren? Das ist auch okay für mich. So. So. Gehör liegt. Ganz schön weit weg die Haken hier, muss ich sagen. Und der erste Generator ist durch. Ist aber nicht schlimm, denn Priorität hat die Daily. Ähm, den Generator könnte ich hier mal runterschlagen, gerade. So. Hinten rechts müsste noch einer sein. Hallo. Oh. Ja gut. Ähm. Das ist halt jetzt dumm gelaufen. Also für die Mag. Kann doch sein, dass sie jetzt gleich noch. Guten Support bekommt. Ach Maggie. Meine Güte. Diese Scheißpaletten. Nach dem Palettentanz mache ich nicht mit. Verpiss dich ey. Ohne Witz. Ich hasse oder sowas. So. Liegt halt der. Gibt halt so Sachen, die mag ich nicht. Das sind diese Palettentänze. Kommt noch ganz hinten kommst du jetzt, Kollege. Schöne Generator zerstören. Das macht die doch extra. Hallo. Könnt mir denken, dass da jetzt jemand runtergehen. will. Also ist hier unten jemand? Nein. Die machen den Generator, was auch richtig so ist. Ja, ich verliere das Spiel an der Stelle halt. Das ist nicht schlimm. Sobald ist ja auch nur ein Spiel. Ärgere mich halt nur, dass ich den Bill nicht getroffen habe. So eine Respektschelle wäre halt cool gewesen. Die Claudette und die Max sind ja vorhin schon hier langgelaufen. Ich habe das dumme Gefühl, die versuchen es noch. Auch wenn nicht mehr viel Zeit ist. Ne, das schaffen sie nicht mehr. Gut. Einen Generator noch da. Und da sitzen sie auch. So. So. Hahaha. Da war ich ein bisschen schneller als du. Ausnahmsweise. Ich hoffe, jetzt kommt keiner mit ihr Palett auf den Kopf. Das wäre uncool. Gut. Sind wir dem auch schon mal entgangen. So. Wie gesagt, mich stört es nicht, wenn ich verlieren würde. Jetzt versucht der mit einem Palettentänzchen. Ja, ich wusste es. Deswegen bin ich auch zurückgelaufen. Aber die kommen jetzt raus, weil der Ausgang wahrscheinlich offen ist. Oder auch nicht. Aber ich sehe Claudette. Die hole ich mir jetzt. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin schneller als du. Da brauche ich doch. So. Die haben wir. Hier ist doch ein schönes Plätzchen für dich. Nein, nein, nein. So. Ich würde jetzt sagen, geht raus. Denn die lasse ich jetzt nicht mehr in Ruhe. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Ich muss halt nur auch die Mech finden. Oder halt... Dann im Endeffekt auch egal. Denn ich will die Claudette tot sehen. Komm, zwei möchte ich halt haben. Ich denke, ich kriege die auch. Ja, natürlich disconnected sie. Oh, Mann. Was ein schlechter Verlierer. Ach, ja. Ist dann auch egal. Geht raus. Komm. Verschwinde. Schade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. GG.